BMW wie hier in Las Vegas weckt natürlich auch die Leidenschaften zum Autofahren der jungen und auch der älteren Generation hier in Nevada. Die neuesten Modelle sind vorgestellt und es geht schon los mit den Vorbestellungen. Wartezeit für dieses Fahrzeug in Amerika circa vier Monate. Der Preis, darüber reden wir nicht. Wer dieses Auto sich leisten kann, fragt auch nicht nach dem Preis oder nach dem Aufpreis von Zubehör. Mir hat es gefallen, wir haben zufällig einen Film mit Rolls-Royce gedreht und so wurde mir natürlich auch das Autohaus hier am Rainbow Boulevard, wo wir ja mit Las Vegas Pfandproduktion auch zu Hause sind, vorgestellt. Untertitelung des ZDF, 2020